Wie der Klapper ist. Wir werden eher eine Freiburg. Weißt du, was du jetzt sagen? Ja, okay. Ja, cool. Aber wir haben es doch nicht gefetzt. Halt ich zwischendurch noch Freiburg. Ja, das ist Kakashi. Hab ich mir gedacht. Passt. Ja, cool. Das kreis man so schlecht, weil das nicht so. Ich hätte gegen die Sonne geschlafen. Okay, ich bin ja nicht fies. Nein. Was ist das? Ich glaube. Ich kann nicht mehr. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Ja, das war. Das wird mir nicht unterbappiert. Das bist du nicht drauf. Das war fies. Soll ich das wirklich flöschen? Ich musste dir das Ding auf Videos angestellt haben. Noch nicht. Also leider musste ich mich doch kennen. Soll ich gleich mal gucken? Okay, wie im echten Leben. Kann man schon bei mir zu fest sein. Das mache ich nicht. Ich habe mit dem Ding aus Media. Den Ding schicke ich dir dann. Mit blitzlich. Kommt gut. Du kannst wenigstens mal so tun. Du bist begeistert. Wenn du schon wieder Filme machst. Ich habe es dir gesagt. Brian. Der hört mir gar mehr zu. Hallo. Er da, Brian. Du sollst mir zuhören. Ich schieße dich nicht. Versprochen. Du hast gesagt, du springst mit mir in den Reihen, wenn er führst. Das ist keiner. Du hast ihn nicht versprochen. Der ist zu weit weg. Ach, der ist ein paar Meter da. Du musst wieder ausstehen jetzt. Ha? Du musst wieder ausstehen. Dann halt nur über die Mauer werfen. Nur über die Mauer. Er hat es mir versprochen. Er hat gesagt, wenn er es nimmt, dann springen wir in den Reihen. Versprochen.